Wenig später ist alles verschwunden, jedenfalls im christlichen Mitteleuropa. Wie konnte das geschehen? Es gibt eine Fülle von Theorien, warum das Imperium Romanum seiner Kultur untergegangen ist. Wobei der Begriff Untergang eigentlich nicht stimmt. Denn erstens legt die antike Kultur im Osten des Reiches, in Byzanz, dem ehemaligen Konstantinopel, weiter. Und zweitens gibt es eine Macht am Mittelmeer, die sich als Retter der antiken Kultur verdient macht. Der Arabisch-Islam. Einen Untergang der antiken Kultur, ein finsteres Mittelalter, gibt es also nur im Bereich der Papstkirche. Im lateinsprachigen Mitteleuropa. Eine wichtige Differenzierung, die selbst in der Forschungsliteratur häufig nicht beachtet wird. Ebenso wichtig wie die Unterscheidung zwischen der vom Juden Jesus gegründeten Variante des Christentums und der Einrichtung, die wir heute christliche Kirche nennen. Die sogar ein Gottesbild von der Lehre Jesu abweicht. Auf die in der historischen Forschung diskutierten zahlreichen Ursachen des angeblichen Untergangs der antiken Kultur kann ich hier nicht weiter eingehen. Ich habe sie im Schattenbuch ausführlich diskutiert. Meist werden, wie gesagt, die Germanen verantwortlich gemacht. Sie hätten auf dem Forum Romanum ihre Wildschweine auf dem Feuer der Bibliotheksbücher gegrillt und so die antiken Kultur vernichtet. Der Frankfurter Historiker Johannes Fried meint, die Germanen seien für das Erste ungeeignet zur Fortführung der hochentwickelten Zivilisation und der verfeinerten Lebensform der römischen Welt gewesen. Diese Theorie hält einer gründlichen Nachforschung nicht statt. Denn die Immigranten haben auf allen Ebenen auch staatserhaltend gewirkt, wie beim Paradebeispiel des Theodorich, am angeblich von wilden Barbaren mehrmals durchzogenen, dennoch kulturell blühenden Gallien und am munteren Vandalenreich Nordafrika beobachten können. Kein Immigrant, der im neuen Land leben möchte, zerstört dessen Infrastruktur. Schließlich kommen die Germanen mit Sack und Pack, mit Hund und Katze, Greis und Kleinkind und versuchen sich per Vertrag einen Lebensraum innerhalb der hochgeachteten römischen Zivilisation zu sichern. Die Germanen wissen ganz genau, was sie erwartet. Schließlich treibt sie seit Jahrhunderten mit den Römern quer über den Limes hinweg Handel und um 350 sind etwa 50% der Dienstposten der Legionen mit Germanen gefüllt. Der große Althistoriker Momensen, jedenfalls Stützfrieds, kommt dann nicht. Die Germanen, meint er, haben ohne Zögern die römische Rechtspflege und die Formen der Steuererhebung übernommen, die warmen Bäder, die Villen, die gute Küche, überhaupt den Luxus. Aber auch die Poesie und Rhetorik, Wissenschaft und Kunsthalten, es ist an, sie romanisierten sich. Wer oder was aber ist dann für den Schwund der antiken Kultur und Zivilisation verantwortlich? Ich stelle Ihnen nun das Christentum des 4. Jahrhunderts in aller Kürze vor, das ist nicht einfach Kirchengeschichte, sondern Weltgeschichte. Denn die Jahre zwischen 350 und 450 bilden den Anstoß, um die Welt zwischen den Uralen und Südamerika umzukrempeln. Das Bild, das ich in folgenden Male, ist in seinen Grundsätzen unter Kirchenhistorikern weitgehend unstrittig. Aber sie werden keinen deutschen Althistoriker der letzten 50 Jahre finden, der sich dieser Frage überhaupt widmet, geschweige denn die Bedeutung der Frage für die Weiterentwicklung des Abendlandes erkennt. Wir schreiben das 4. Jahrhundert und noch immer kämpfen christliche Fraktionen aller Sorgen um Wahrheit, Einfluss und Macht. Mal ist Jesus ein Sohn Gottes, mal ein Prophet, mal ein Mix. Jeder ist jeden Feindes. Heretiker nehmen sie sich untereinander und Athanasius, der Bischof aus Meilen dieser Zeit, urteilt über die christlichen Brüder und Schwestern, die Lehre der Heretiker seien wie der Auswurf eines Hundes. Über den Christenstreit berichtet Gregor von Nyssa um 360, entnervt. Wenn du jemanden nach dem Preis einer Ware fragst, resoniert er übergezeugt und ungezeugt. Wenn du jemanden nach dem Brotpreis fragst, antwortet er, der Vater ist größer und der Sohn untergeordnet. Wenn du fragst, ob das Bad gerechtigt ist, antwortet der Bademeister, der Sohn ist aus nichts geschaffen. 350 Jahre nach dem Tode des Religionsgründers kann von Kirche keine Rede sein, noch ist das Christentum auf einem triumphalen Vormarsch, wie die Zahlen belegen. Gescheckt 10 bis 15 Prozent der Bewohner des Imperium Romanum nennen sich Christen, von denen vielleicht ein Drittel, maximal also 5 Prozent der Bevölkerung, christlich im heutigen Sinne der Trinität sind. Noch im Jahre 380 bekennt sich der Bischof der Kaiserstadt Konstantinopel zum Arianismus. Arianismus erkennt Jesus nicht als Gott an, nur als einen hervorgehobenen Menschen. Noch im Jahre 380 bekennt sich der Bischof der Kaiserstadt Konstantinopel zum Arianismus und als Theodosius ihn am 25. November 380 absetzt und seinen Favoriten, den trinitarischen, in Klammern katholischen Bischof Greber einsetzt, geschieht es unter militärischem Schutz, weil Theodosius Unruhen unter der Bevölkerung fürchten muss. Selbst Kirchengeschichtler bestreiten nicht, dass sich die unterschiedlichen christlichen Strömungen gegenseitig zu paralysieren drohen und der Streit zwischen den Episkopaten die Entwicklung zu einer katholischen Kirche lehnt. Historisch belegt ist, dass zwischen 325 und 381 18 Konzile und Synoden stattfinden, die sich alle der Aufgabe verschreiben, die drohenden Schüsse zu verhindern. Und meilenweit ist niemand in Sicht, der den Streit religionsintern lösen könnte. Derjenige, der 380 die katholische Fraktion des Christentums, unter Androhung der Enteignung und Vertreibung widerspenstiger Durchsätze, heißt Theodosius. Er ist römischer Kaiser, hat also die Macht, die Religion der Untertanen zu bestimmen, so wie dies 361 Kaiser Julian tat, der die alte Götterlehre wieder in Kraft setzte. Theodosius ist ein spanischer Haudegen, mäßiger Bildung, stammt aus einem fromm katholischen Haus, wenn man in dieser religiös fraktionierten Zeit überhaupt von katholisch sprechen will. Theodosius leitet in einem Grundsatzerlass eine Wende ein, die es in sich hat. Alle Völker, über die wir ein mildes und maßvolles Regiment führen, sollen sich, so ist unser Wille, zu der Religion bekehren, wie der göttliche Apostel Petrus den Römern überliefert hat. Das bedeutet, dass wir an eine Gottheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in gleicher Majestät und heiliger Dreifaltigkeit glauben. Nur diejenigen, die diesem Gesetz folgen, sollen so gebieten wie katholische Christen heißen dürfen. Die Übrigen, die wir für wahrhaft toll und wahnsinnig erklären, haben die schandeketzerische Lehre zu ertragen. Mit diesem Ermächtigungsgesetz und weiteren 60 Erlassen wird der Katholizismus zur einzig zulässigen Religion bestimmt. Alle übrigen Religionen und Konfessionen werden als ketzerische und heretische Verirrungen vogelfrei erklärt. Dieser Kaisererlass wird im Mai 381 auf eine Synodin Konstantinopel durch die katholischen Bischöfe bestätigt. Staat und Katholizismus bilden nunmehr eine übermächtige, omnipotente Allianz, die in den folgenden 1.500 Jahren Europas Schicksal und das der westlichen Welt bestimmen wird. Sie wird Ost und Westrum zu unversöhnlichen Gegnern machen, den Aufstieg der arabischen Variante des Monotheismus, des Islams, befördern und ganz wesentlich zur Zerstörung des einstmals geschlossenen Kulturraums Mittelmeer beitragen. Das Jahr 380 besteht für einen Paradigmenwechsel, für die Ablösung einer universalen Hochkultur, für den Übergang in ein finsteres Mittelalter. Natürlich ist die antike Kultur mit ihren Bezügen auf die heidlichen Gottheiten und den philosophischen Diskussionen rund um die Frage, was man tun müsse, um im Diesseits glücklich zu werden, für den Katholizismus mit seinen Dogmen von der Nichtigkeit des Diesseits unakzeptabel. Die meisten Kleriker der damaligen Zeit stimmen darin überein, dass die antike Kultur mit ihrem Körper- und diesseits Akzentuierung entartete Kultur sei und antike Texte nur so lange erwünscht sind, wie sie als Markt im Dienste der kirchlichen Sache stehen und die Interpretation der Heiligen Schriften fördern. Termen, Theater, Foren sind als heidliche Überbleibsel unerwünscht, öffentliche Schulen überflüssig, denn die Kirchenväter haben alles gesagt, was zu sagen ist. Der ansonsten durchaus kirchenfreundliche Medievist, Johannes Friedmus zugeben, Zitat, Gregor der Große führte gleichzeitig den Todesstoß gegen die spätantike Schulbildung und brachte sie endgültig zu erliegen. Die Folgen der allgegenwärtigen und alles dominierenden Jenseitsorientierung und der überbetonenden Vergänglichkeit der Menschen sind verheerend. Mit der Nennung des Christentums zur Staatskirche gehen als erstes die Theater unter. Theatolian hatte schon im dritten Jahrhundert die Schamlosigkeit der Theater erkannt. Wer als Christ, so meint der Schauspielbesuche, begebe sich in die Gesellschaft der Dämonen. Und so konnte es im Jahre 426 auch zur Schließung des ihnen vorgeführten Theaters von Epidaurus. Gleichzeitig verbietet die Kirche warme Bäder und erlaubt ihnen die Kleinkindern warm zu baden, was mit dem Tod der antiken Badekultur gleichzusetzen ist. Mit den Theatern und Thermen gehen die öffentlichen Schulen, die öffentlichen Bibliotheken und die Skulpturen unter. An die Stelle des sterbenden Gallios oder der Laocon-Gruppe treten nunmehr Steinheilige in langen Gewändern auf. Die Schriftlichkeit erlischt weitgehend und nach tausend Jahren breit gestreuter Lese- und Schreibkenntnisse wird der Analphabetismus normal. Selbst keine können nicht mehr lesen und schreiben und das Volk nennen sie gekrönte Esel. Nur der Klerus lernt in Klosterschulen lesen und schreiben, denn das Christentum ist eine Buchreligion und irgendjemand muss ja nur die Texte lesen können. So werden Lesen und Schreiben zum Machtinstrument der Kirche, dem sich auch die Kaiser unterwerfen. Das Volk aber erfährt über die Bibeljabhauperum, der Bilderbibel für die geistig Armen, was Glaubenssache ist. So sterben also die öffentlichen Schulen, die Theater, die Philosophieschulen und die öffentlichen Bibliotheken mit Hunderttausenden von Büchern. 300 Jahre später umfasst der Bibliothekskatalog von Kloster Reichenau aus dem Jahre 821 noch rund 425 Bände. Die gern zitierte Zentralbibliothek von Lorich verfügt im 9. Jahrhundert über 500 Bände. Als größte Klosterbibliothek des Hochmittelalters gilt St. Gallen. Sie soll im 12. Jahrhundert also rund 800 Jahre, nachdem in Rom 28 öffentliche Bibliotheken mit jeweils Hunderttausenden von Büchern gezählt worden sind, gerade mal 1.000 Bände enthalten haben. Zur gleichen Zeit wachsen im Islam arabischen Toledo Zivilia Bibliotheken mit jeweils rund einer halben Million Bände auf. Die Zahlen sprechen für sich. Literaturwissenschaftler schätzen den Bücherverlust von der Spätantike ins lateinische Mittelalter auf etwa 1 zu 1.000. Der qualitative Verlust liegt in der gleichen Größenordnung, denn die Klosterbibliotheken sind nicht öffentlich und bestehen als Fachbibliotheken zu 90% aus kirchlichen Werken. Sie sind also qualitativ und quantitativ nur ein müderschatten der antiken und der benachbarten arabischen und bizantinischen Bibliotheken. Und dennoch wird bis heute auch in Mittelalter-Forschungskreisen davon gesprochen, wie Klöster seien Vermittler des antiken Erbes gewesen, obwohl die Altphilologen den nahezu vollständigen Untergang der antiken Literatur im lateinsprachigen Mitteleuropa belegen können. Ohne Schulen, Theater, Bibliotheken, Festspiele und Kanalisation, aber mit einem gepredigten, furchtbaren Rachesturm Gottes und ewigen Höllenstrafen verkommt das dies sei zu einem Warteraum arme Sünder. Die Bildung verwelkt zu einer schmalbrüstigen Bibelbildung, die Bücher vergammeln, die Freiheit des Denkens und Handelns liegt am Boden, mit ihr die Wissenschaft, die Kreativität, der Innovationsgeist und der Handel. Der mitteleuropäische Kulturraum trocknet aus. Memento Mori ersetzt das Carpe Diem. Die Abkehr von der Welt gilt als höchste Weisheit und wird zum Leitthema der benediktinischen Klöster. Nachlesbar in den Regulär Benediktiv, sichtbar an den hohen Klostermauern. Soweit zum Bedeutenden zu dem Paradigmenwechsel der abendländischen Geschichte im Jahr 380. Wir haben bisher über Kultur im klassischen Sinne gesprochen. Wenden wir uns nun den sozialen Komponenten der damaligen Kirchenkultur zu. Die wohl verheerendste Auswirkung der Allianz von Kirche und Staat ist die zügige Entwicklung einer omnipotenten, feudalen Klassengesellschaft. Zur neuen obersten Klasse zählen Fürsten und Bischöfe. Es folgen Herzöge, Ritter und Äbte als zweiter Stand. Danach kommen die Bauern als dritter und letzter Stand. Die den weltlichen und kirchlichen Herren Frohendienste zu leisten haben. Sie umfassen etwa 90% der Bevölkerung. Sie umfassen etwa 90% der Stadtkassios.